Ein Sturz. Da, frische Fußspuren. Sie müssen hier lang sein. Ganz schön viele Spuren. Machen wir lieber langsam. Mist. So. Ich wette Nadins, Leute. Die verwenden Dynamit, wo sie nur können. Ziemlich dämlich, das hier drin zu verwenden. Tja, die sind ziemlich dämlich. Oh oh. Hast du Ersatzbatterien? Ja, ja. Aber sie liegen auf dem Meeresgrund. Ich frag nicht. Besser so. Oh, warte. Eine Art Todesfalle? Ja. Aber Sam und die anderen haben es geschafft. Machen wir es ihnen nach. Oh. Wäre gar nicht so schlimm, wenn es nicht knarren würde. Geh einfach nicht, wo keine Fußstapfen sind. Was? Ich bin nur gerade beschäftigt, nicht in die Luft zu gehen. Und entspannen. Huh. 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 Na, schau. Die Spur ist hier zu Ende. Vermutlich ist der Gang hinter ihnen eingestürzt. Hey. Lass uns das hier aus dem Weg räumen, okay? Ja. Ah. 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 Verdammt. Da kommen wir nicht durch. Oh nein. Ein bisschen länger. Mist. Na los. Verdammt. Hey. Hast du noch Sams Feuerzeug? Ja. Gute Idee. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Klar ist das Ding leer. Auf dem Scheißboot hat er wie ein Schlot gequalmt. Ganz ruhig. Ich hab noch Streichhölzer. Wirklich? Na klar. Na bitte. Oh. Oh. Sorry. Moment. Hallo? Hier drüben. Ah. Oh mein Kopf. Hier drüben. Danke. Du warst gut vorbereitet. Irgendwer muss das sein. Komm. Suchen wir einen Weg. Romantische Beleuchtung, was? Sieht vielversprechend aus. Räuberleiter? Ja. Na komm. Okay. Los geht's. Okay. Und jetzt du. Okay. Danke. Vorsicht Kopf. Ja. Vorsicht. Wow. Was zum Henker ist das? Das ist unheimlich. Die Hände, die mich bestahlen. Wow. An diesem Punkt war Avery schon völlig durchgedreht. Mir gefällt's hier nicht. Mir auch nicht. Raus hier. Sackgasse. Sieh mal. Avery hatte noch Galgen über. Übrig. Was? Man sagt übrig. Sicher? Ja. Tja. Tja. Niemand mag Klugscheißer. Nein. Ist das etwa? Bist du okay? Ja. Ich glaub schon. Was war das? Eine Falle. Avery wollte wirklich nicht, dass jemand hier runterkommt. Okay. Pass auf dich auf. Ich? Du bist doch darauf getreten. Gut. Pass auf mich auf. Verdammt. Verdammt. Bist du okay? So weit, so gut. Bleibe lieber ein Stückchen zurück. Ja. Ach Mist. Bist du okay? Ja. Naja. Jetzt wissen wir wenigstens, was vorhin explodiert ist. Ja. Kein Wunder, dass der Gang überall eingestürzt ist. Hey Nate. Hier ist eine Abkürzung. Ist es wirklich kürzer? Ich möchte nur optimistisch sein. Oh. Okay. Verdammt. Diese Kamer hat Avery aufdekoriert. Mehr menschliche Mobiles. Oh Mist. Noch mehr Mumien. Nicht explodieren, okay? Einfach auf. Spät. Einfach auf. Ich streifle. Es gibt eine Erläufe. Die Beine an den Antlaumen. Was hat mit ihm einen geniessen? Einfach auf! Ja. Einfach auf! mal gut ich hätte ohrstöpsel mitbringen sollen schrei ich vorsicht ja und avery mimt den ägypter nur war diese mumifizierung nicht naja freiwillig gut wir haben die spur wieder die fußspuren führen da machte ich auf ärger gefasst soll das eine anspielung sein kommt du doch unter wir haben wohl nicht richtig aufgepasst hier ist keine spur von sam das elena runter Merci, Blatt. Das hat gut geklappt. Zähne gesichtet! Those dicks in their side! Move! Back! Die! 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 Schmeckung! Da werden mir Averis explodierende Mumien doch fast sympathisch. Holen wir uns diese Fackeln. Gute Idee. Die Münder, die mich verleumdeten. Seinen Weihnachtsbaum möchte ich lieber nicht sehen. Okay, dann holen wir sie mal ein. Ah, hallo. Hey, was geht also einmal rund? Sieht so aus. Oh Mann, das war einer von Averis Leuten. Tote reden nicht mehr. Okay. Vielen Dank. Wie hat er seinen Kampf gegeben? Ja, Two's Manna gegen Avery's. Wie hat er seine Kampf gegeben? Wie hat er seine Kampf gegeben? Irgendein Schlüssel. Was ist mit dem Zettel? Oh, klar. Er stammt von Two und seine Leute. Mit dem Schlüssel kommen wir hier raus. Sehr gut. Hm. Hier hinten sind Symbole drauf. Dann suchen wir mal das Schlüsselloch. Ach, Mann. Verdammt. Ich bin okay. Ich bin okay. Ah, explodierst du jetzt? Nein? Und du da? Vertrauen war für den Kerl echt ein Fremdwort. Wow. Go, 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 go! Hey, war's das? Sehr elegant. Danke. Nicht ganz so schaurig wie die ganzen hängenden Knochen. Aber immer noch schaurig. Ja, vielleicht drei von zehn Punkten. Ich sage vier. Echt vier? Mhm. Okay. Noch eine Todesfalle. Ja, und keine Fußspuren hier. Die Symbole entsprechen denen auf den Posten. Two hat seinen Leuten erklärt, wie sie die Fallen umgehen. Okay, das war ein guter Anfang. Folge mir einfach, okay? Sei bloß vorsichtig. Ich bin immer vorsichtig. Sagt der Kerl, der jede Mumienbombe hier unten ausgelöst hat. Ja, weißt du, ich habe nicht viel Erfahrung mit Mumienbomben. Danke. Ja, geschafft. Leck mich, Avery. Da kommen wir raus. Ist das der Rest von Two's Leuten? Ja, sieht so aus. Avery hat ja an seinen Feinden gerne ein Exempel statuiert. Und er bastelte gerne explodierende Mumien. Ja, lass uns hier vorsichtig sein. Schlüsselloch. Schlüssel. Warte, wenn's eine Falle ist? Ja, aber ich fürchte, wir haben keine andere Wahl. Oh, Mann. Aber ich habe ein ganz gutes Gefühl. Ja? Dann los. Siehst du? Wenigstens wurden wir nicht in Stücke gesprengt. Mist. Nicht zufällig ein Messer dabei, oder? Nein. Aber der da hat ein Schwert. Los, hilf mir, Schwung zu holen. Verdammt. Nein. Was ist los? Okay. No! Okay. Los, schnell, schnell! Oh, nein. Oh, nein. Auf, noch weiter. Geh weiter! Geh weiter! Komm, steh auf! Danke, Captain Avery. Wie in alten Zeiten, hm? Elena? Elena? Hey, hey, Elena, komm schon. Elena! Mein Held? Nein, das glaube ich nicht. Nein, das ist nicht witzig. Du hast doch schon viel Schlimmeres angestellt. Mann, ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen. Lass mal hören. Hört sich doch gut an. Dir ist klar, dass wir jetzt für alles quitt sind, was ich je angestellt habe, ja? Ja, für alles. Nein, nicht mal ansatzweise. Mann, du hast überall Dreck. Weißt du, dass du eine komische Vorstellung von Romantik hast? Ja. Ja, das habe ich schon mal irgendwo gehört. Alles gut? Alles gut? Das muss Sam sein. Komm. Wenigstens bedeuten die Schüsse, dass er noch lebt. Fürs Erste. Wie?